Wo ist denn bitte der nächste Taxi-Stand und habe ich noch genug Geld für die Fahrt? Alles kein Problem mit der kostenlosen MyTaxi-App. Dank GPS kann man seinen Standort direkt bestimmen oder man gibt die Abholadresse manuell ein. Mit einem Klick auf das Taxiradar sieht man die verfügbaren Taxis im Umkreis und kann die Wartezeit einschätzen. Dank einheitlicher Preise können auch die Fahrtkosten mit Angabe von Entfernung und ungefährer Fahrtdauer errechnet werden. Nach dem Absenden der Bestellung wird ein Taxi zugeordnet, welches man inklusive der Entfernung, Ankunftszeit und Bewertung des Fahrers auf der Karte detailliert verfolgen kann. 750 verfügbare Taxis gibt es bereits in Hamburg. In Köln, München und Bonn sind es noch unter 100 Wagen. BA. 68 Web 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 Vielen Dank.